... Barrier raus, hier auf Seiten von 99%. Man pote hier ein bisschen, da kommt der, die Ulti von District. Wird aber abgeholt hier von Flamm. Oh, und Crow, ich hab's drückt, da einfach mal in der Luft. Oh, ein schöner Shedder hier auf vier Mann. Echt aggressiv reingeht, und das versucht man hier auch. Aber Crow direkt mit einem wunderbaren Gefühl, da trau. Oh, und schön. Das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Aber Schöner, Shedder! Heute gibt es Soundbarrier jetzt hier mit für... Oh, da kommt... Oh, der Ray mit dem Triple-Kill. Verschaffen Flamm, es dauern sich schön weg mit seinem Deathblossom. Und holt sich einfach mal drei Kills auf der Triple-Kill. Und das ist Leo Lohr. Webkit versucht, mit dem Earth Shedder da noch was zu legeln. Der Earth Shedder macht den Punkt. Nicht Surfers, Crow ist da, und das ist wichtig. Magic mit einem wunderbaren Earth Shedder. Und hier holen wir den Double-Kill. Und anfangen schon mal was da. Aber da kommt eine wunderbare... Da kommen die Pigs. Und da kommen die Pigs, aber die Rückpigs auch. Und Magic Crow hat jetzt aber den Taktical Reiser. Das könnte jetzt noch mal funktionieren. Was, ja, aber nur ein Vierfach-Kill!